Hey YouTuber! Ha! Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt besser als bei allen anderen Videos, obwohl es jetzt mein erstes Video ist. Ja, aber ich werde lauter reden, weil irgendwas hat so eine Störung da bei mir beim Computer. Und ja, und ich heiße jetzt Aurora Chiara Schmidt. Hier, ich habe jetzt Little Turtle geheißen, aber ja, aber da sind so, es gibt so viele Little Turtle. Und deswegen habe ich mir einen leichteren Namen aufgedacht, dass ihr mich leichter finden könnt. Und ich sage euch jetzt meine Hobbys. Meine Hobbys sind Fußball spielen, Volleyball spielen, singen, tanzen und mit meinen Freunden spielen. Und meine Freunde habe ich mir extra irgendwo... Ja, da habe ich sie aufgeschrieben. Ja, welche ich gerne kürzen möchte. Katharina Savica. Hi Kathi! Sarah Scherz. Hi Sarah! Viktoria Brunner. Hi Vicky. Und beide Emilies. Und Alexandra Palfel. Hi meine Lieben. Das ist meine aller, 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 okay, das ist mal aller. Besten Freunde. Und ich werde oft am Wochenende aktiv sein, aber nicht jedes Wochenende. Und in einem Monat, ähm, ähm, fahre ich Urlaub. Und deswegen werde ich dort kein Video machen. Vielleicht schon, aber ich weiß es nicht. Und schaut von Bibi Chakla von meiner Cousine auch die Videos an. Das wäre sehr toll, wenn ihr die Videos anschauen würdet. Von ihr und von mir. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich in einem Video mal singen soll oder nicht. Und ich werde, wie bei dem Viertel, bei meinem Viertel, werde ich auch ein Plakat machen. Und meine Katze schlägt hier neben mir. Ja, und ich bin gerne so eine verrückte Nudeln und hole meine Kindheitserinnerung. Ja, du wirst mich für diese Zöpfe. Ich stehe voll auf diese Zöpfe. Und, ja, das war's jetzt für heute. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. Und das war's jetzt für heute. Tschüss. Und ich werde auch noch ein paar Videos machen. Tschüss.